Willkommen. Wenn Sie mich kennen, der Name ist Christoph Schaller, Geschäftsführer vom Autohaus Schaller hier. Ich leite das Geschäft zusammen mit meinem Bruder Martin, der Bündnestädter. Da komme ich raus. Seit etwa 30 Jahren. Die Firma Schaller ist ein ganz, ganz alt eingesessener Projekt im Bankkreis Gansberg. Also die ersten Urkunden gehen auch ins Jahr 1700, auch in der Dorfschliege angefangen. Später gegangen bin ich, spielte nach Strüftling und Strüftling ist dann mein Opa der erste gewesen, der den ersten Traktor im Bankkreis selber gebaut hat, weil damals gab es noch keine Traktoren. Und so ist das Ganze langsam, aber stetig gewachsen. Mein Vater hat dann bekommen 1974, also vor knapp 50 Jahren, den Autohandel. Er hat vorher Schmiede und Handballschmiede gemacht, also den Autohandel und hat die Marke Nisland-Ratzung damals übernommen. Und wir sind als Kinder so reingewachsen, kann man sagen, und sind jetzt auch so viele Kinder mit Standort im Landsberg, in Beilern und in Wohlenau und so ist die Firma stetig gewachsen und alt eingesessen im Landsberg. Und wir haben jetzt hier im Landsberg 15 feste Mitarbeiter und alle zusammen mit Bekannten zum Begriffen gesichert. Ich heiße herzlich willkommen. Ich wünsche Sie das Frühstück, das Unternehmerfrühstück und freue mich schon darauf, die politischen Kandidaten auf die Friede zu verwenden. Ja. Vielen Dank. Applaus